Ich heisse Leila Chayek, ich bin Geigerin und bin auf die Interpretation alter Musik spezialisiert. Mein Repertoire umfasst heute 300 Jahre von der Renaissance bis zur Romantik. Als Solistin und musikalische Leiterin bin ich bei Orchestern rund um dem Globus zu Gast. Ich habe auch mein eigenes Ensemble gegründet, La Centifolia, mit dem ich quasi unter Freunden jene Programme machen kann, die sonst auf Reisen verloren gehen. Ich unterrichte seit 15 Jahren als Professorin eine Hauptfachklasse an der Scola Cantorum in Basel und bin Mitgründerin des Jugendbarockorchesters und mitverantwortlich beim Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb und führe dort schon die Jüngsten an die alte Musik heran. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich diesen Preis bekommen habe und danke ganz herzlich dafür. Es ist für mich ein wunderschönes Zeichen zu sehen, dass meine Musik und meine Arbeit auch außerhalb der Bühne und abseits der Bühne wahrgenommen wird. Musik 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 Musik